Musik Mein Name ist Jürgen Stockl, ich bin schon seit vielen Jahren auch im Vorstand und habe mir so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit auf die Fahne geschrieben. Dazu gehört die Ausbildung von Kindern, AstroKids nennen wir diese kleine Gruppe, die ich leite. Und seit einigen Jahren, seitdem ich eben die Zeit dafür habe, leite ich zusammen mit einem anderen, der heute nicht da ist, die Startergruppe. Das heißt, wir sprechen erwachsene Menschen an, die sich für das Thema Astronomie interessieren, aber eigentlich aus dem Interesse heraus noch nie rausgekommen sind und jetzt aber so ein bisschen mehr erfahren wollen, was ist das eigentlich, was kann man damit machen? Und das ist so der Grund, warum wir heute hier mit der Startergruppe beginnen. Die Sternfreunde gibt es ja schon seit, ich sage 30 Jahren, ist ja schon ein etablierter Verein mit über 150 Mitgliedern. Und unser Hauptziel ist natürlich das Verbreiten der volkstümlichen Astronomie, so heißt es zum Beispiel bei uns in der Satzung. Das heißt, wir treten eben dafür ein, dass die Leute sich für die Astronomie interessieren, so wie wir das auch machen und wollen einfach unseren Spaß, unsere Freude, die wir bei dem Thema Astronomie haben, ob theoretisch oder praktisch, völlig egal, an die Leute weitergeben. Indem wir zum Beispiel eben auch Aktionen machen, also zum Beispiel die Startergruppe oder eben für die Kleinen die Astro-Kids oder die einmal im Monat einen öffentlichen Vortrag anbieten, auch hier in diesem Raum, immer am zweiten Dienstag, der immer sehr gut besucht ist. Und natürlich dann auch öffentliche Beobachtungen, die jetzt für Münster nicht so ganz optimal sind, weil sie immer hier vom Naturkundemuseum stattfinden, also mitten in der Stadt. Hin und wieder bieten wir dann auch mal geführte Führungen an, also Astronomiebeobachtungen an, draußen auf dem Land. Und zu dem Zeit haben wir ja auch zum Beispiel schon seit einiger Zeit eine eigene Sternwarte. Natürlich nicht in Münster, sondern weit außerhalb, wo es wirklich dunkel ist. Deutschland, das ist die Erde mit der Achse, die Erde dreht sich ja, wenn man von oben drauf kommt. Ja, ich bin eigentlich hier, weil das Thema mich jetzt schon ein paar Jahre verfolgt. Ich hatte es mir immer mal wieder vorgenommen, immer mal wieder vor die Tür zu gehen. Ich wollte eigentlich schon als kleines Kind immer raus und Sterne gucken und habe das irgendwie nie zu Ende geführt. Und jetzt ist im letzten Jahr mein Sohn geboren und das habe ich jetzt so zum Anstoß genommen. Vielleicht kann ich irgendwann mal mit ihm zusammen rausgehen und ja, da dachte ich mir, fang mal den Basics an. Geh da hin, wo man sich auskennt und jetzt bin ich hier. Es gibt ja bei uns im Verein auch zum Beispiel eine Gruppe für Kosmologie. Da geht es richtig um Astrophysik und Mathematik und Physik und so weiter. Ja, das richtet sich mehr an diejenigen, die wirklich in die theoretische Astronomie einsteigen wollen. Wir machen hier bodenständige Astronomie. Das sieht man schon an unserem Teleskop, was hier steht. Wir wollen die Leute dazu bewegen, sich den Himmel anzuschauen, vielleicht mal mit uns zusammen durch ein Teleskop zu schauen. Oder, und das hat auch schon funktioniert, den einen oder anderen zu animieren, sich sogar selber ein Teleskop zuzulegen. Das bedeutet also, wenn man in die praktische Astronomie einsteigen will, gibt es verschiedene Grundvoraussetzungen, die man erstmal lernen muss. Und das ist unser Thema hier in dieser Startergruppe, dass wir zum Beispiel damit anfangen, so wie heute, dass wir wissen, wie orientieren wir uns überhaupt am Himmel. Und das ist gar nicht so trivial, weil so eine einfache Landkarte, ich sag mal, wie wir sie kennen, würde ja weiterhelfen, aber die Landkarte ändert sich ja von Tag zu Tag. Der Himmel bewegt sich ja im Laufe auch eines Jahres, dass man also genau wissen muss, mit welchen Methoden weiß ich denn an welcher Stelle welche Sternbilder, und das sind unsere Straßen am Himmel, sich befinden. Und erst dann, wenn man die Sternbilder gut kennt, dann weiß man dann auch schon in etwa, wo verstecken sich so einzelne Objekte, die wir uns mit den Teleskopen anschauen. So, und das ist jetzt so der erste Schritt in dieser Startergruppe, dass wir uns mit so einem Teleskop und mit den drehbaren Sternkarten und natürlich auch mit digitalen Möglichkeiten, wie Computer oder auch Handys beispielsweise, dann orientieren können. Ja, und dann geht es natürlich ein bisschen um das Thema Objekte, was sehen wir da oben überhaupt, von Kugelsternhaufen über Galaxien bis zu Gasnebeln, meinen Wegen. Ja, und dann wird es richtig erst, denn dann fängt der eigentliche Spaß erst richtig an, denn dann wollen wir mit den Teleskopen uns ja die Dinge auch angucken. Und das ist ja auch eines unserer Hauptschwerpunkte, dass wir dann die Leute da hinführen, sich mal Teleskope anzuschauen, mit uns zusammen durch Teleskope zu gucken. Und dazu gehört natürlich auch, dass man weiß, was ist das eigentlich für ein Teleskop und auch Beratung natürlich machen in Richtung, was wäre ein gutes Einsteiger-Teleskop zum Beispiel für Leute, die hier sitzen und sagen, Mensch, da hätte ich auch Spaß dran, was soll ich mir denn da kaufen? Das hat auch schon in vielen Fällen funktioniert. Also unser Ziel ist es wirklich, die Leute da hinzubekommen, mit so einem Teleskop eventuell mal mitzuschauen oder mit einem selbstgekauften Teleskop dann selber zu beobachten. Wir werden heute sicherlich auch einige dabei haben, die das dann auch schon gemacht haben und sicherlich auch mit ihrer Euphorie das auch bestätigen.